Der Händler hat angerufen, es ist soweit, ich kann den Wagen abholen, ich bin echt gespannt und neugierig, ich lass mich jetzt mal überraschen, ciao! So Leute, da steht er, ich muss echt sagen, sieht sehr sehr gut aus, wie kann ich das Video jetzt drehen, ich weiß es nicht, jetzt einmal von vorne, Spurplatten, 20er und H&R Federn und gerade jetzt in dem Licht, also ich finde die Farbe kommt richtig genial. So, ich habe noch nicht gestartet, aber einen Schlüssel in der Hand und starten wir einfach mal. Erst einmal abschließen und anschließend Startknopf. So Jungs, das war es jetzt erstmal, jetzt genieße ich erstmal mein Auto und werde den heute schon mal einfahren und das nächste Video bekommt ihr die Tage. Besuch, jetzt bin ich am überlegen, was gönne ich denn im neuen Wagen? Hier steht zwar drin, aber das ist ein Ronnen, ein Nonch-Octan, aber plus, sind wir hier bei der bekannten Marke. Ich würde mal sagen, wir nehmen das hier. So, jetzt machen wir das erstmal voll. Heben. Ich binность. Heben. Chiel. My hair. Lorch Eddy. Alles cudどう. Untertitelung des ZDF, 2020